Hallo liebe Weltbild-Kunden! Ich möchte dir heute mein neues Buch «Heal Yourself» vorstellen. «Heal Yourself» ist ein Ratgeber, der dir hilft, deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Aber was mir besonders wichtig war, ist, dass die Übungen wirklich sehr klar sind, relativ leicht sind, sodass sie wirklich jeder ganz einfach in seinen Alltag integrieren kann. Wegen dem gibt es auch im Buch einen speziellen Link, wo du zum Beispiel die Meditationsübungen, die ich dir in diesem Buch vorstelle. Einfach online kannst du anhören, sodass du nicht noch die ganzen Texte auswendig lernen musst, sondern dass du einfach gemütlich die Übungen zu Hause anhören kannst und sofort umsetzen. Bei «Heal Yourself» geht es auch darum, zu erkennen, was zum Beispiel wirklich die Ursache eines Symptoms ist. Die meisten Leute kennen das, dass jede Krankheit eine Ursache hat. Doch was mir aufgefallen ist, dass sehr viele Leute extrem in der Vergangenheit suchen oder extrem komplizierte Sachen, die sie aus Ursachen herausfinden könnten, die wenigsten merken, dass die Ursache wirklich in ihrem Alltag ist und oft eigentlich sehr offensichtlich ist. Aber wir schliessen gerne genau von diesen Ursachen die Augen. Verschliessen. «Heal Yourself» ist wirklich ein praktischer Rat für alle Menschen, die gerne ihre Selbstheilungskräfte aktivieren wollen, die einfach fitter werden wollen und auch den Blick ein bisschen weiter richten wollen und auch sehen, dass Gesundheit nicht nur heisst Symptomfreiheit, sondern für mich ist ein gesunder Mensch jemand, der einfach glücklich und zufrieden ist in seinem Alltag. Und das wünsche ich auch dir. Und vielleicht kann mein Buch «Heal Yourself» einen wertvollen Beitrag dazu leisten, um dein Leben einfach ein bisschen gesünder, aktiver und harmonischer zu machen. Mich würde es mega freuen. Danke vielmals, falls du mein Buch lestest. Und ich wünsche dir so oder so ganz einen schönen Tag, oben oder was gerade auch immer für die Zeit bei dir ist.